We made a choice, go fight against your fate We will come with a blade We will wake up the despondent crowd in storm and world somehow I see the storm and out to kill Jo hi und willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Hongkai Star Rail Ja, ich weiß nicht was mit diesen jungen auf sich er ist da in der mülltonne warum auch nicht Also meine kameras alle richtig ja und ja wir sind hier immer noch im pina kuni in dem underground von pina kuni Wo wir hier ja mit micha reden müssen Die quiz aktiv ja Und wir machen ein bisschen die story heute weiter ich habe hier Offscreen letzte woche Ich tue ja immer nur weil nicht einmal in der woche aufnehmen zwei parts für hat wochenende Und ja ich bin ein bisschen hier umgerannt habe jetzt nicht wirklich irgendwie viel gefunden Ich glaube ich habe schon eigentlich alles gefunden ich glaube ein zwei vögel habe ich noch gefunden Wir haben 15 Die beiden rätsel habe ich erledigt Und weil ich mehr hat sie jetzt nicht eigentlich getan Robin ist ein bisschen weiter gelevelt heute level 75 Sie hat alle schworen auf den level wo bin ich zufrieden bin ich kann die noch weiter Level aber im moment level 8 bin ich eigentlich immer zufrieden level 6 für standard angriff das ist eigentlich stadt wo ich mal aufhör Und ja alle sachen bis auf datier weil sie dafür level 80 braucht habe ich auch schon geholt Lichtkegel ist fast hochgelevelt relikte sind fast alle hochgelevelt also sie ist eigentlich fast fertig hier so Obwohl den lichtkegel will ich wahrscheinlich ersetzt mit hier Weil ich hier bald bekommen werde Da habe ich irgendwie gesehen da gibt es lichtkegel der glaube ich für sie abgestimmt ist der der ja Da ist ja wieder neue neues event aufgetaucht Das kann ich ja vielleicht weil mich Mal an testen und gucken was da auf sich hat ne ich glaube da kann man jetzt schon machen Was hat irgendwie so cutscenes Was hat irgendwie mit cutscenes oder so sind dann tue ich doch vielleicht aufnehmen weil da ist irgendwie über den nächsten charakter ihr boot Aber wenn halt irgendwie so der so eine quest ist der Ungesprochene quest also ohne dialoge ohne Voice acting da welche wahrscheinlich ausgemacht und da ich mache sowieso die eventuell aufsgebetriebe drehe ich eigentlich Da habe ich mit dem barkeeper Mini spiel auch gemacht da habe ich auch alles abgesagt So wir machen aber erstmal weiter wir sind hier mit Mit welt mit unseren hauptcharakter und mit Glühbirnchen in diese neue Dieses neues gebiet reingegangen und ja wie scheiß hier und wir wollen irgendwie mit dem regen kann ich nochmal hier runter ja kann ich sogar Ein vogel ich wusste es ich wusste irgendwas wichtiges wird hier wahrscheinlich nur sein ich habe ich die ganze von der treppe hier fern gehalten weil ich nicht wusste Wie nahe ich an mich herangehen kann oder hat die story weitergeht hey sei feuer sie sich wie soll ich absteigen würden die heiße wenn der heißt luftballon platzt piep Sieht ihr nur die höher das muss aufregend sein von dir zu springen piep Kannst du ja nicht fliegen Stimmt wie konnte ich das noch vergessen piep Danke für den hinweis mein freund klickt plötzlich gar nicht mehr so aufgeregt aufregend wenn man flügel ab Bis dahin wir sehen und uns zwei im großen baum ich freue mich ob ich vergessen kann wie man fliegen kann wie man fliegt was So reden wir mal mich schade da haben wir jetzt eine woche hier warten lassen der rät damit clock hier aus irgendeinem grund der zeit Der der page du mir ja Hopp ihr da kohle So ist so komisch an Herr Jan, du bist immer noch jung im Herzen. Meme? Meme? Sie haben hier ein Haus? Ja, das heißt, wenn ich immer mit einem schönen Schauspiel habe, dann kommen wir hier zurück. Ich hatte es einfach nur einfach zu移, aber nachdem ich nicht nachher kann, ich habe immer noch einen Neu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu. So, moments ab ist das, dass du meinen Ältern? Du. Die Lärung ist während des Berlichen Images. ausgerechnet jetzt ich habe gerade kurz meine nase geputzt weil ich voll verstopft war da mein mikro abgestellt sorry ich nicht die ganze zeit hier geräusch machen was dann kommen die dreckige mit der frage schlafen ich brauche ich mir schaut immer grimmig steigen hat viele augen ist eigentlich ganz brav galaga hat sich um gekümmert schon wieder kaka schlafen ist der tod er hat sich doch gerade herausgestellt hat die alle überleben oder glühwebchen überlebt ja auch man gibt es auch noch ich bin nicht daran bewegen mein stuhl hängt ja fest so wird robin sparken sein gut bestimmt steckt galaga ein teil den der name schlaffi er geht gerade durch mein kopf du hast ihn auch gesehen jungen im herzen mr jagen kommen wir zu einigen ort nehmen die war noch nicht besucht haben naja die gebäude tun sich da irgendwie dran ziehen in der seite naja für mich als augen wie mehr auf sich irgendwie jeder charakter im pina kuni ist bisher irgendwie verdächtig na gut ja das geht Oh Wer bist du? Ich bin der dritte Kuhmann, das ist der Dream-Surveyor. jemand dringt gerade hier müssen sie will nur die welt brennen sehen sie ist noch selbstverständlich ob du in hier ein in immer da ab eine stunde da wo die ganzen slot maschinen sind okay ein bisschen zu viel credit geben wir so gut im aufpassen von dieser story bin ich das führt er uns hier durch den ganzen ort den wir schon erkundet haben das ja 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 grüß geistes traum riffs siebte wirst du ihn so sehr erschreckt Wir haben noch einen Schereen, aber ich glaube, dass ich das Leben so überrascht haben Wir hatten es sicherlich, dass es uns in den ganzen Welt der Drei-M-Leaf auch so ist Und das ist mein Leben, die Drei-M-Leaf ist ja Sollte, ich weiß nicht, was wir auf uns? Wir sind noch ein Drie-M-Leaf, was wir... und traub zu schlafen was meinst du mit unsichtbar der tod bist kannst du auch das erfüllen auf eine überziehen ja wir wissen mal zeit hier meine charaktere zu benutzen dass man die musik ändert finde ich richtig gut das ist noch nicht so oft gespielt aber da finde ich immer noch klasse dabei sie habe ich auch noch nicht so oft genutzt ehrlich gesagt ich habe übrigens zwei buffer ich weiß nicht ob das so gut ist mein gott dabei mit einem schaden mein gott dafür ein bonus gibt es hier nach soja von bonner kommt dann auch eine plot plus 4000 schaden ok das andere animation ich habe sie schon mal aufzug gesehen okay jetzt ist sie wieder und schon sagen ich habe sie tatsächlich mehrere lieder hat oder so wäre noch geiler glaube ich nicht das geld tut andere charakter vorspulen was ziemlich cool ist sie ist ehrlich gesagt ähnlich wie sparkle du hast sie keine spielpunkte gibt wir haben ihn getötet oh nein jetzt ist das speicherbereich meme jetzt meme oder meme da ist es meme gerade war es meme ja ja ich bin es naja wo ist ein heimel chor weiter gehen manchmal ansprechen einige leute sind ja schon lange haben wir schon lange die theorie das himeco hier diese rothaarige frau die auch hier zum express gehört dass sie irgendwann stirbt einfach nur weil in honka impact fährt gab es auch eine himeco und ich habe da noch nicht so weit genug gespielt aber anscheinend tut dahin miko sterben in honka impact fährt deswegen haben eine menge leute in die vermutung dass himeco irgendwann hier sterben wird also ja mal schauen weil irgendwie so zwei verschiedene charaktere sind irgendwie hier bei koin auch in keinem pack für irgendwie war nicht so weil ich so etwas bildere dame im echo in diesem spiel ist ein bisschen weiterlich ein bisschen entspannter chillig also deswegen weiß ich ob sie irgendwann hier stirbt aber ich hoffe es nicht so aber wenn wir sehen story ist ja noch im vollen gang schreibt ihr so hinterher wie so ein höhlen mensch ja 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 ich fülle die einfach ab mit alkohol dann vergessen die wir haben wir fragen weil es hat diese leute mit dem flügel so heißen die ja wollte gerade sagen ich glaube aber nicht dass sie da wir die ganze zeit von robin reden wir reden wahrscheinlich die ganze zeit von sparken die sie als robin ausgibt was bedeutet die echte robin muss irgendwo anders gerade sein fangen gehalten oder irgendwie so hat keine ahnung ja 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 bevor sie stirbt bevor sie vielleicht war vielleicht auch nicht sterben laut theorien und die letzten vögel ja irgendwie so ein gebiet hier kann man laubschneiden sind die wahrscheinlich war ganz lang sie ist noch leben wer ist der gentleman mika sind nicht der von dem man die ganze zeit michehr 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 Ich bin nur ein Einführer von Rue-Keyn-Deutsch. Mika, sie sind meine Freunde. Meine Damen und Herren, Sie sind so sehr glücklich. Sie wissen, was Sie? Sie waren immer darauf, wenn Sie die Pinnoconie auf die Pinnoconie geflogen haben. Wenn Sie die Drei-M-Leaf und die 12-M-Pinnoconien haben, kraftpfleger stelle ich die gleichen fragen wie ich die ganze zeit sind auf einer wellenlänge das ist nicht gut finden weil mir ist es ein bisschen kann manchmal ein bisschen hol in der pierne sein ich hole in der pierne aber wir sind weiß ich schwer vom begriff was was warte mal bist du der tod dann wenn du dich um die toten hier kümmerst noch mehr charaktere unterhalte ich mit dem besonderen gast ok instrument wer ist der gast das gefällt mir schon mal gar nicht oder vielleicht wird es mir gefallen keine ahnung lass mal schauen da ist sie jetzt wirklich so so Ich habe so viel gelernt, dass ich so viel gelernt habe. Robin, ich würde wirklich sagen, was ich? Ich würde sagen, dass ich nur ein paar Tage habe. Krisssa, ich habe nur die Sprache zu erzählen. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Welt eine Hoffnung habe. Ich weiß nicht, was ich zu erzählen, was du. Es ist wirklich schwer, in der aktuellen Welt. Ich wusste, was ich. Nachdem die Zeit kommen wird, die Kinder verletzten, von diesem Lümmen. Aber die Leute in der Dreamleaf haben alle gesagt, dass es nicht mehr wert ist. nein immer doch an die wir was das ich die dritte kohle mega mir nicht nur war die dritte kinoin kinoin jaja die hatte ich dir ja die war uns an ich in teil autismus also erst mal ich autismus in ein videospiel gelesen ab kann der blende junge dann hier der traumlandschaft sehen ja meine frage beantwortet glaube ich was sind denn das fällt dir einfach so das war auch nicht deprimiert dieses spiel ist einfach nur was irgendwie passieren würde nach der autoship und wenn man da gewanderte eine traumlandschaft hier gibt es nur gewinner die karen ist ein mädchen erscheint wir hatten jungen genannt sieg 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 Okay. Ja, kenne ich. Meine Stimme ist auch immer. Ich versuche schon ein bisschen weniger zu reden, während meine Aufnahmen nicht richtig zu sitzen, irgendwie richtig zu reden, versuchen, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt, dass ich keine Ahnung, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung, dass ich keine Ahnung habe, weil ich eine schöne Ahnung habe, dass ich eine schöne Ahnung habe. Eine schöne Ahnung, eine schöne Ahnung? Ich habe auch gesagt, dass dieser Memo-Keyer das gleiche ist. Das war wirklich. Während ich die Pinnokonien entfernt, die 12-jährige Kirchen hat sich immer weiterentwickelt. Aber ich habe mich über die Wurzeln von der Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran. Ich habe nur die Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran. Das war es nur für die Kran-Kran-Kran. Dann haben wir die Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran. Wir haben die Schmutzung des Menschen, die in den Händen gegründet haben. Ich habe das letzte Mal gesehen, dass ich einige Punkte aus dem Weg bin. Die Geheimnis in der Familie des Geheimen geblieben, und die in der Pinochonie des Geheimen geblieben. Ich finde, dass er eine große Leidenschaft von Robin ist, so wie er sich das Wort verabschiedet hat. ja dieser verräter bomben überall wahrscheinlich passiert noch zehn stunden bis zum harmonie fest spackle auch ein immer nahen tor Ich bin ein Geheimnis, aber ich weiß nicht, dass ich nicht so um die Familie von den Fremden zu verabschieden kann. Aber ich habe mich nicht so lange entfernt, dass ich mich nicht so lange entfernt habe. Aber ich kann mich nicht so um die Familie zu verabschieden, dass ich mich nicht so um die Familie zu verabschieden kann. Was? Elf system stunden okay Jetzt bekommen wir backstory von robin sowie mit Alle chino alle chino das geht schon im Man sieht man, dass das so gut ist und ihr könnt, dass das so gut ist Was ist das? Nein, es ist sehr gefährlich, lossehbar dann gehen Sie sich zurück in deinem Sohn, aus dem st du in der Treppe, in der Säte zu gehen Ich bin sicher, dass es so schön ist, nicht wahr? Es ist doch sicher, dass man wohl nicht so schön ist, aber wenn der. Wenn man hier so gut ist, wie man das tut? Wenn ich die. oh mein gott ein Vogel nicht so nette stimme michael überlager hören ja doch schon wieder eine andere farbe was sagen man muss ja nicht ewig in den käfig einsperren harmonie die vögel die ganze zeit um robin herum fliegen bei ihrem animation ja harmonie tauben harmonie tauben können fliegen nicht normale tauben oder harmonie die ich die das das die 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 Aber das Wurzeln war der Wurzeln, die in der Natur der Natur, die in der Natur der Natur, die ein paar hundert Schmuck-Konferenzen wurden. Der Grund der Harmonie-Pidion, der nicht so schlecht war, Ich habe nicht gewohnt, dass ich die Welt leben und nicht gewohnt. Deswegen haben sie von der Welt geflogenen Welt gelebt. Ich habe mich über die Welt überrascht und eröffnet auf den Flügel. So, ich habe versucht, über ein paar Kilometer, über ein paar Kilometer, über ein paar Jahrzehnte zu überprüfen, und ich habe versucht, dass die Flüge in die Höhe zu retten. Und ich habe versucht, dass die Flüge in die Welt einladen können. man schmeißt ja was im nest raus und dann fangen wir an zu fliegen so läuft das war wirklich ab, ne? ja, das war's, was ihr angett, ne? Ich bin ein wenigstens, bis ich will, um sich zu leben. Warum? Ich möchte, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich. Danke. Ich habe in deinem心, schon eine Antwort. Das ist wirklich schön. Das ist das, was man sich selbst zu tun hat, und das ist das, was man sich selbst zu tun hat. Diese Frau ist, dass wir uns sehr beschäftigt haben. Ja? Ja. Ja. Aber, Goffel, gibt es noch ein paar Dinge, was ich noch nicht verstehe. Geh mal. Wenn man diese Harmonie-Pigion nicht aufhören kann, wie würde ich es tun? ist dann werden die zur vogelstrauzen wie alt sind die können sie schon so tiefgrünig sein warte mal kalagato inna ledigstrahl robin gottokon ihr kao schienaß ima doos sei schon ekei sinne im oto noch koto da rotha ansien scho omae no im oto ako niru so stein zender ima macho arbeit der jubin tation das war nicht so nett übrigens Wenn du wirklich um mich zu töten willst, dann musst du so sprechen. Du sagst dich, mein Mann, der Ruhige Geist. Hm, du bist so richtig. Das stimmt. Du kannst dich mit meinem Geist und den 4-Kranz. Du bist so richtig. Ich glaube, es war richtig, was ich. Was ich? Ich weiß, dass ich mein Ziel bin. Ich habe keine Zeit für mich, und ich habe keine Zeit für mich. Ich werde mich nicht mehr überlegen. Ich möchte dich mit dir. Warum soll ich mich mit dir? Ich glaube, ich glaube, dass ich mich daran achte. Hm. Dieser Ruhige Robin hat auch der Seite zu beantwortet. Achtung, der Schmerz des Verlust und der bigger Plan für Pinocchön. Wenn du so viel Kacktel mit dem, kann man dich aufzuhalten? Ich glaube, dass ich nicht so richtig schraubt, nur ein Mensch wird. sind jetzt noch ein riesiges am bongos spiel gerechtigkeit was ja 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 Dann kommen wir ja mit der Story endlich weiter. Dann kommen wir ja. Dann kommen wir ja. Vielen Dank. Ja, Robin, die sind tot. So funktionieren Gräber, Robin. Die war schon. Wir haben alle, wenn er die Kassen und viele Waffen zu leben. Aber es hat nicht gewohnt, dass wir so vieles Leben ansehen. Um 10 Jahre lang, das Pinoconi in der USA plotte, war die eine sehr kraftvolle, die wir im Grunde genommen haben. Für die Amerikaner wurde Tiérna aus dem Weg wieder auf dem Verwalt des Geist. Sie haben den Arctid-Kaar und an den Geist. Sie haben sie in den Insekten gewünschtert. Sie wurde schon erwartete, aber wenn Sie die Leute sagen, es sind immer wieder 안� verehrte, es ist wirklich auch schrecklich. Ja, in der Mitte. Alle Charakteren sind hier versammelt gerade Okay, ich habe einen teil der fest erledigt spricht die lage mit gar aber erstmal ein bisschen hochlevel so wie dazu aber die dinger kriegst du fast gar nicht irgendwie ich nehme ich kann immer noch nicht ich muss erst mal wieder ganz durchspielen so leute was habt ihr zu sagen Okay bin ich bereit für die Wahrheit der expert ist gar nicht herumlaufen Ja, wir sollen den wahren fein zeigen einer von denen ist doch bestimmt sparkle ich weiß nicht wer aber irgendjemand hier sparte wahrscheinlich wahrscheinlich mischa Na gut dann klären wir auf galaga hier geht es jetzt ja weiter Ja, ich weiß nicht, dass ich die Zeit habe, aber ich weiß nicht, dass wir uns sagen können, dass wir uns jetzt sprechen können, dann ist das gut? Ja, es geht nicht gut, Herr Gallagher, wenn wir uns haben, dass wir uns die Familie zusammengefasst haben, dass wir uns haben, dass wir uns sehr wichtig haben haben, ist, dass wir uns wissen, was wir wissen, was wir wissen, was wir wissen, was wir wissen Es ist ein kleines Fisch. Ich weiß, dass du schon mal die Beilut gesagt hast. Ich weiß, dass du schon mal die Beilut sein kannst. Ich weiß, dass du das Schöne, was ich weiß. Ich weiß, dass du es nicht gut, was ich. Aber ich weiß, dass du nicht so schnell bist. Ich weiß, dass du nicht so schnell bist. Ich weiß, dass du nicht so schnellst. Okay. Well, that's feel cool. Oh, right. Hmm. 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 expert hier bezeichnet so aber mehr zur story machen wir dann in der nächsten folge gut wir haben ja heute viel informationen bekommen und ja wir sehen uns dann wieder beim nächsten mal ne dankeschön für zuschauen und schau hinterlassen leiten ab und so wäre voll toll